Ich freue mich jetzt ganz herzlich, ihn begrüßen zu dürfen, dass wir hier stehen, so mit dieser wunderbaren Kulisse unter uns verdanken wir nur ihm, unserem Dresden-Export als einer der besten Trompeter weltweit, hervorragender Dirigent, ehemals auch Kollege von mir. Wir waren nie gemeinsam in der Dresdner Philharmonie, aber sind unterschiedlich dort ausgestiegen. Dankeschön, dass auch Kollegen heute da sind, der Dresdner Philharmonie. Begrüßen Sie Ludwig Güttler, er hat das da hinten initiiert und auf den Weg gebracht. Ja, ihr lieben Anwesenden, grüßt die Abwesenden bitte alle, wenn ihr das seht. Ich wollte eigentlich gar nicht hier sein. In meinem langjährig geführten Notizplan bin ich heute in Solingen zu einem Konzert. Aber wie das bereits seit Mitte März Verfall ist, sind diese Termine alle verschoben mit Hoffnung auf ein Jahr später. Oder sie fallen nur Mutlosigkeit derer zum Opfer, die veranstalten sollen, wollen und müssten. Und ich möchte jetzt nicht nach dem Gesichtspunkt handeln, das ist alles Wichtige gesagt, aber noch nicht von mir. Deshalb schließe ich mich dem, was die Vorredner dankenswerterweise alle hier gesagt haben, aber auch zum Ausdruck gebracht haben, an. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ich glaube, dass unsere politischen Entscheider, seien sie beim Bund, bei der Staat oder beim Land, das beste wollen. Aber das differenzierte Verständnis, was Solo-Selbstständige leisten und warum sie das, was sie tun, so tun und warum es ankommt, dieses Verständnis haben sie nicht. Sie können es auch nicht haben. Da trifft auch ein Teil schuld uns. Haben wir denn jemals agitiert, was wir tun und wie wir es tun und warum wir es tun und was wir daran ständig arbeiten und investieren, um in einen Begriff hineinzufallen, der offensichtlich verfängt? Nein, das haben wir auch nicht. Wir könnten es auch nicht für alle gültig formulieren und artikulieren, weil wir ja selbst immer wieder durch unser Tun, eben tägliche Arbeit üben, disponieren, kontrollieren, hinterfragen, ja, uns selbst immer wieder verändern und weiterentwickeln, das hoffen wir jedenfalls. Und wir wollen nun hier, der Frauentirche, Sie sehen sie alle vor Augen, am 29. August wieder mit dem ersten Konzert beginnen. Wir machen das in der spartanischen, aber doch schwer wirkungsvollen Besetzung, zwei Trompeten und Orgel. Und von den 1.860 Plätzen dürfen nach dem heutigen Geld in Regel 237 Menschen Platz nehmen. In Worten 237. Das deckt an Kosten nur nicht einmal die zusätzlichen Platzanweisern, die dafür sorgen müssen, dass die richtigen Abstände eingehalten werden. Das heißt, eine ökonomische Basis für dieses Tun ist bei den geltenden Abstandsregeln, oder nennen wir es Hygienevorschriften, überhaupt nicht vorstellbar. Allein das Überlegen darüber geht ja schon in das Defizit. Hier muss also, jetzt gehen wir nach vorn, ein kleiner Kreis von Kundigen mit den Entscheidern zusammen sich setzen und nach einer Lösung suchen, die wir innerhalb von einer halben Stunde gefunden haben werden. Das garantiere ich Ihnen, für falls ich dabei sein sollte. Aber, das müsste eigentlich gestern geschehen und nicht erst morgen. Das heißt, innerhalb der nächsten zehn Tage muss dieser Termin aktiv von der Politik herbeigeführt werden. Von mir aus auch nachts 23 Uhr, das ist überhaupt keine Rolle. Das sind ja Zeiten, die uns keine Angst machen. Und ich hoffe noch, dass wir unser Differenziertes tun, in das wir sein Kindesbein an investieren. Täglich in Zeit, Kraft und unserem künstlerischen Vermögen. Ich mache das seit meinem fünften Lebensjahr, seitdem er meine Großmutter eine Ziehharmonika geschenkt hat. Inzwischen bin ich ja ein paar Monate älter und mache das immer noch. Und zwar mit großen Vergnügen. Und wir leben auch von der Reaktion derer, die uns hören und wahrnehmen und dadurch bestätigen. Und wenn ich letztens einen gut gemeinten Raum habe, sei es die Oper oder der Kulturpalast oder wo auch immer, wo ab und zu ein Mensch sitzt, was kommt denn da für ein Gefühl, für ein Erlebnisgefühl, für ein Raumgefühl, für eine Erlebniserwartung überhaupt auf? Das ist doch für die Katz. Und wenn wir schon so viel vom guten Gemeinden in den Stand setzen, müssen wir ja noch nicht noch so tun, als ob das nun die Lösung sein könnte. Das macht uns doch zu seelischen Grüppen, die wir uns denn nicht bemühen dort. Wo soll das hinführen? Es müssen mutige Schritte her, da es gestern nicht passiert ist und heute nicht sein kann. Morgen, morgen, morgen. Kompromiss über morgen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, warum ich etwas hatte, eine Knieoperation, muss etwas vorsichtig auftreten. Mit Worten tue ich das nicht. Danke. Also, die Selbstkritik ist durchaus angebracht. Und wir müssen auch zusammenstehen und wir müssen auch alle zusammenstehen. Es gibt Künstler, die haben keine Probleme. Es gibt Künstler, die kommen mit Grundsicherung, klar. Es gibt Künstler, die werden weiter bezahlt, staatlich oder städtisch und haben nicht die Probleme. Das, was wir brauchen, ist aber trotzdem die Solidarität von allen. Wir sitzen im selben Boot und wenn wir so weitermachen und uns kaputt sparen lassen, dann trifft es am Ende alle zusammen. Deswegen müssen wir dort zusammenstehen und kann nur appellieren, macht weiter. Mit Demos kommt das nächste Mal zahlreicher. Wir werden definitiv weitermachen, sobald wir wieder Kraft dazu haben. In anderen Städten wird es aber weiter. Und es gibt so viele Initiativen, Verbandsinitiativen, andere Demos, wo man einfach weitermachen kann und muss. Wir sind heute mit prominenten Rednern so weit fortgeschritten, dass ich jetzt nicht den Brief, der heute von Wirtschaftsminister Dulig ankam, mit der Bitte, ihn zu verlesen, hier verlesen kann und auch nicht möchte. Er ist abgedrückt auf Stumme Künstler, Website und auf Facebook. Er ist drei Seiten lang und ich habe kurz überflogen. Er wird draufgestellt und ich habe kurz überflogen und es ist unter anderem die Bitte darin, so zu verstehen, warum nicht mehr Geld gegeben werden kann. Das verstehen wir irgendwo. Es ist auch unser Steuergeld, das wir die letzten Jahre gezahlt haben und das wir gerne wieder zahlen wollen. Aber genau deswegen, wenn wir wirtschaftlich denken, wenn die Institutionen, wenn die ganzen Veranstalter, die viel Lehrgeld gezahlt haben und jetzt die Strukturen stimmen und funktionieren, wenn denen jetzt nicht geholfen wird, dann werden die Schäden in den nächsten Jahren deutlich mehr sein als das Geld, was wir jetzt brauchen, um zu überleben. Und das nennt man Wirtschaft. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Forderungen. Und das wird heute etwas kunstvoll dargeboten vom Augustus Theater. Augustus Theater. Ja, wenn die Puppenspieler, die Schauspieler und alle Künstler schweigen, dann müssen wir Puppen, wir Figuren, müssen anfangen, endlich zu reden. Ja, und das natürlich widerstellverstrebend für die, die da hinter mir stehen, die Schauspieler, die Puppenspieler und die vielen Künstler dahinten. Deswegen möchte ich ganz nüchtern, ganz nüchtern die Forderungen verlesen, die gestellt werden von diesen Künstlern. Erstens. Die Kulturpolitik und die Kulturförderung muss alle sparten und solidarisch insbesondere die freien Künstler berücksichtigen. Gerade der freien Szene ist die Grundfinanzierung oft viel zu niedrig. Durch die niedrigen Honorare können Künstler kaum Rücklagen bilden. Viele, auch hochrangige freie Künstler und Veranstalter werden aktuell in die Grundsicherung gedrängt oder wechseln die Branche. Ohne Berücksichtigung der oben genannten Forderung wird bei vielen pro Monat Auftrittsverbot mindestens ein Jahr Altersrücklagen aufgebraucht, sofern überhaupt vorhanden. Zweitens. In der vom Bund geplanten Überbrückungshilfe muss die Kulturwirtschaft unabhängig von der Rechtsform entsprechend berücksichtigt werden. Drittens. Anerkennung der persönlichen Lebenshaltungskosten in Höhe von pauschal 1.180 Euro im Monat und Künstler und Person. Im Corona-Soforthilfeprogramm des Bundesanalog Baden-Württembergs. Antragsfristverlängerung und Ausweitung auf die noch folgenden Monate ohne Auftrittsmöglichkeiten oder mit Auftrittsbeschränkungen. Unternehmerlohn muss endlich möglich sein. Viertens. Alternativ zur Anerkennung der Lebenshaltungskosten die Einführung eines monatlichen Grundeinskommens für freie Künstler für den Zeitraum, in dem keinerlei oder nur eingeschränkt Konzerte und Veranstaltungen stattfinden dürfen oder dürfte. Fünftens. Aufnahme von gemeinnützigen Veranstaltern in den Bereich der Empfangsberechtigten der SRB Sofortkredite Sachsenhilfe sofort über 50.000 oder 100.000 Euro. Sechstens. Bedarfsgerechte direkte Finanzhilfen für die durch Auftrittsverbote bedingte Einnahmeausfälle. Vor allem für die extrem in Not geratenen freien Ensembles, Veranstalter, Vereine, Institutionen, der Veranstaltungswirtschaft angegliederte Gewerke wie Techniker, Bühnenbildner, Maskenbildner, die nicht zum überwiegenden Teil aus öffentlicher Hand finanziert sind. Siebensens. Sofortige kostenlose Insolvenzberatung zur Schadensminimierung, Überlebensstrategie, die Planung nach dem 30. September. Achtens. Die KSK-Zahlung von Veranstaltern und Künstlern im Jahr 2020 müssen durch die Bundesregierung übernommen werden. Dadurch werden die Gagen für die Veranstalter um 4,2% entlastet. Gleichzeitig Rentenansprüche für die in der KSK versicherten Künstler nicht minimiert. Neuntens. Staatlich gezahlte Ausfallhonorare der freien Künstler in Höhe des Kurzarbeitergeldes für vertraglich gesicherte wegen Corona sturmierte Auftritte. Zehntens. Verbindliche Richtlinien, die nachvollziehbar machen, nach welchen Kriterien Veranstaltungen mit welchen Regeln wieder erlaubt sind oder auch wieder verboten werden können. Dies ermöglicht eine erhebliche Schadensminimierung. So, und jetzt hat noch ein Künstler eine letzte, eine elfte Forderung hinzugefügt. Etwas schwierig in der Aussprache, aber ich versuche es. Also, es kann nicht sein, dass Künstler in der Bedarfsgemeinschaft kommen, ja, die bestehen bleibt, also wie einen normalen Hartz-IV-Satz bekommen und wenn sie verheiratet sind mit einer noch arbeitenden, lebenden Person oder zusammenleben, dann keine, keine Forderung, keine Unterstützung bekommen. Das war meine Forderung, nicht nur vom August Theater, sondern von allen lebenden, arbeitenden Künstlern und Veranstaltern, ihr Publikum. Vielen Dank.